Frohes neues Jahr Leute! 2019 und es geht direkt volle Pulle los. Richtig straffes Programm. Heute Jahresauftakt-Sitzung. Kennt ihr von letztem Jahr? Findet heute in Witten statt, quasi in der Nähe unseres Headquarters. Da sind jetzt auch schon fast alle da oder ich glaube es sind alle da mit der Weine. Letztes Jahr haben wir gestellt, als wir euch mit reingenommen haben, da waren ja alle so freundlich und nice. Das läuft normalerweise bei Ersthotel so nie ab. Da sitzen sie alle ganz nett und artig. So, das reicht auch. Wie es jetzt gerade abläuft ist, es ist laut, es ist unkoordiniert und alle sind am Essen. Eigentlich typisch für uns. Halt mal kurz rein und schau mal. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Es war instant leiser. Wir müssten jetzt eigentlich immer das Ding auf Stativ stellen, da traut sich keiner an der Scheiße zu bauen. Schön. Ja, was läuft heute? Wir haben jetzt einmal internen Teil, Seminar. Also Daten, Zahlen und Fakten. Wir besprechen das letzte Jahr, dieses Jahr. Oh, warte mal. Ja, guck mal. Kamera raus, das ist wieder laut. Im Anschluss werden wir wieder Bowlen. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Aber parallel haben wir eine Lasertag-Halle gemietet. Mal schauen, was dann da abgeht. Und um 23 Uhr, dann zelebrieren wir das neue Jahr. Wie viel wir davon zeigen dürfen, reingesetzt nicht, sehen wir dann. Wir starten jetzt erstmal. Ab und zu schwenken wir einfach mit euch rein. Und ja, auf geht's. So, wunderschönen guten Morgen, Leute. Frohes neues Jahr. Wir starten im Endeffekt für jedes Jahr. Ihr seht ja, wir haben ein paar neue Gesichter, ein paar Gesichter fehlen. Deswegen stellen wir uns nochmal einmal kurz vor. Auch Steffen. Wir gehen einfach bis vorne, so dem Promillegehalt dann nach unten. Ja, Leute, wir sind jetzt in der Pause. Ich hab keine Ohren rum. Warte. Hier ist meine KS. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert. Erste Pause. Bisher sind alle artig. Die meisten haben wir nur Lust. Scheinbar ist es auch ganz witzig hier. Wir kommen relativ schlecht immer voran. Das sind ein ziemlich großer Haufen von ziemlich vielen unerwachsenen Menschen. Ich schließe mich da vollkommen ein. Aber wir schaffen das heute. Ja, dankeschön. Hallo, ich bin der Christian. Ich bin so der MacGyver und versuche alles das zu machen, was andere nicht schaffen. Ich bin die Claudia und ich mache die Buchführung. Ich bin der Sven. Ich bin der Neue. Ich mache den Vorposten dieses Jahr. Deshalb bin ich ja auch schon in meiner Rolle. So, Herrschaft, eine Jahresauftakt-Sitzung ist fast vorbei. Also offizieller Teil. Wir werden jetzt runtergehen, werden jetzt essen. Im Anschluss ein kleines Päuschen. Und dann treffen wir uns beim Bowlen wieder. Und in der Lasertag-Halle. Das filmen wir auch nochmal. Das haben jetzt alle die Airsoft-Helpen-Pullis bekommen. Die neuen schicken Pullis. Da siehst du auch immer schon rumlaufen. Das ist der alte Pulli. Rennen wir auch, Martin. Rennen wir auch, Martin. Rennen wir auch, Martin. An unsere YouTube-Abonnenten, ähm, richten. Nein. Nein. Ah, die Frage musste gestellt werden. Martin hat da keinen Bock drauf. Martin, wir fragen dich dann in vier Stunden nochmal, wenn du besoffen bist, ja? Sehr geil. Hervorragend. Ich habe noch nie Lasertag gespielt. Habt ihr schon mal Lasertag gespielt? Also ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird abgehen. Ja, Tegg, spielst du in meinem Team? Nein. So Leute, wir haben ein Revival aus Los Angeles. Ich bohle heute wieder. Müsstern. Aber wir zeigen euch trotzdem nicht das Ergebnis. Ich kann mich nur blamieren. Das letzte Mal war es schon unterirdisch. Ihr werdet jetzt gerade gesehen haben, wie wir Lasertag gezockt haben. Jetzt wird noch gebohlen und im Anschluss wird gefeiert. Mal schauen, was jetzt geht. Hey, Nix. Du bist ja voll krass im Wohlen. Ja, also, wenn du unter zwei Promille bist, dann klappt das viel besser. War okay. Abschließend. Ich bin ja irgendwo eingestiegen bei Frame 8 oder 7. Morgen. Morgen, Turkey. Also drei Strike in Folge. Ich bin zufrieden. Aber jetzt kann gesoffen werden. Hallo, Martin. Martin, hallo, hallo, hallo. Martin, sehr wahres Geburtstag. Ich habe nur eine kleine Aufmerksamkeit. Ich möchte einmal das alles sehen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Danke, danke, danke. Das sind von Götzburg fünf Männer-Slips. Grüße L. Martin, zeig mal, was hast du bekommen? Ja, ein paar Unterhosen. Geil. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Wir machen die Topola, die machen wir ohne euch. Also ohne euch, ich rede mit denen bei YouTube-Zukunft. Wir sind live, wir sind live. Wir sind live, wir sind live. Hast du die Lose schon verteilt? Bitte schön. Viel Glück, ne? Dankeschön, Dankeschön. Achso, ja, ey, passt auf Folgendes. Solange ihr noch ansatzweise nüchtern und ansatzweise hübsch seid, kommt mal bitte alle jetzt gleich noch zum Justin und lasst euch dann mal fotografieren mit dem neuen Pulli. Und wir machen noch ein Huppenfoto im Anschluss. Das machen wir am besten jetzt hier vorne. Also alle mal herkommen. Hier oder ohne. Das sieht ja komplett aus. Ehre, wem Ehre gebührt. Ist halt einfach so. Danke. 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 Tschüss.